Moin Leute und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge German Motovlogs Heute ist es wieder soweit. Ich bin gerade auf dem Weg zu meiner Garage. Ich muss noch schnell die Karre aufladen. Unser heutiger Kameramann. Ich denke mal heute werden wir ein paar Fotos mit einfügen in dem Video. Wir entschuldigen uns erstmal schon dafür, dass jetzt die letzten Wochen nichts kam. Wir sind auch immer noch zeitlich begrenzt, weil Tim und ich sind beide in der Landwirtschaft tätig. Und bis vor kurzem ging ja noch die Ernte, deswegen kam in letzter Zeit von uns nichts. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen spät ran. Jetzt noch schnell Motorrad aufladen auf dem Anhänger. Dann zu Timmy fahren, Timmy abholen mit seinem Motorrad und dann sind wir heute auf einer Privatstrecke von einem Kumpel von Tim. Dann werden wir mal sehen, was heute so passiert oder wie heute der Tag wird. Ich hoffe wird ganz cool und habe richtig Bock. Unser Kameramann wartet schon, der kommt heute mit. Und dann hören wir uns auf jeden Fall später nochmal. Weissen. Ich bin ein Mann. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020